Wir durchleben aktuell noch nie dagewesene Zeiten. Angesichts dieser besonderen Herausforderungen, die wir momentan gemeinsam meistern müssen, möchten wir, die Volksbank Kurpfalz, ihnen unsere Unterstützung zusagen. Denn auch in diesen Zeiten sind wir ein starker und zuverlässiger Partner in der Region für unsere Unternehmen. Denn kein Unternehmen kann diese Krise alleine meistern, deshalb möchten wir sie dabei unterstützen. Was tun wir konkret? Wir haben unsere Abläufe verschlankt, damit wir die Entscheidungen, die Ihnen weiterhelfen, schnellstmöglich treffen können. Wir haben unser Team verstärkt, um für Sie als Ansprechpartner erreichbar zu sein. In allen vertretbaren Fällen werden wir unbürokratisch Ratenaussetzungen zustimmen, denn auch hier sind wir als Regionale Volksbank unserer Verantwortung bewusst. Natürlich informieren wir uns täglich über den aktuellen Stand der Fördermöglichkeiten und Zuschüsse. Diese haben wir auch auf unserer Homepage für Sie zusammengestellt. Was können Sie tun? Schauen Sie auf unsere Homepage unter www.volksbank-kurpfalz.de im Bereich Firmenkunden, sehen Sie viele Handlungsempfehlungen und Tipps, die Ihnen sicherlich weiterhelfen. Auch dort haben wir die Unterlagen für Sie zusammengestellt, die wir, aber auch die Förderbank für eine Antragstellung benötigen. Wenn Sie diese vorbereiten, erleichtert das uns extrem die Antragstellung und beschleunigt den ganzen Prozess. Deshalb sprechen Sie uns bitte an. Gemeinsam schaffen wir das und bleiben Sie gesund. Schönen Freunden Jochen GraUm Untertitelung des ZDF, 2020